Hey Leute, ich mache heute ein etwas anderes Video und zwar möchte ich mich bei BinkyR1999 noch mal bedanken. Ich habe nämlich von ihr Post bekommen und habe mich riesig darüber gefreut und ich wollte euch einfach mal das auch zeigen, weil ich so mega stolz auch drauf bin, dass sie mir so etwas Schönes geschickt hat. Und zwar hat mir BinkyR1999 dieses wunderschöne Bild von Spectra, Wundergeist, geschickt, selbst gemalt. Ich finde es sieht so super, hammer, mega geil aus. Also ich möchte mich echt nochmal richtig bei dir bedanken. Vielen Dank. Ich habe mich echt riesig darüber gefreut, als ich das Paket aufgemacht habe. Ich habe eigentlich gedacht, du malst mir ein normales Bild auf einem normalen Blatt Papier und schickst es mir im normalen Brief. Aber als ich dann das Paket bekommen habe von der Post, habe ich echt wow und habe ich dann aufgemacht. Ich bin echt voll ins Socken gewesen. Ja und dann habe ich noch von dir, also du weißt ja, was du mir geschickt hast, aber ich will es halt eben auch euch an und zeigen. Diesen super coolen, selbstgemachten Eye-Connector zeigen, oder hast du mir noch gemacht, als in Sarg-Form. Sieht echt super geil aus. Steht hier oben RIP mit dem Monster High Totenkopf und noch so ein paar Risse. Und hier steht, äh, dies ist eine selbstgemachte Postkarte. Also sogar eine Postkarte. Und dann steht hier noch eine ungelesene Nachricht von Binky Air 1999. Ja, dann sind noch so kleine Symbole. Also hast du echt cool gemacht. Dann ist hier ein Pfeil. Wenn man das jetzt aufmacht. Ups. Steht hier was. Und dann steht hier, liebe Spectra, das ist mein Geschenk für dich, weil du immer so nett zu mir bist. Tut mir leid, wenn ich die Farbtöne nicht so genau getroffen habe. Ich hoffe, es gefällt dir trotzdem. Ein lachender Smiley und ein Herzchen. Also ich muss dir echt sagen, es gefällt mir richtig gut. Es hat auch, äh, ein, ähm, ein extra Ehrenplatz bekommen, das Bild. Also ich finde dieses Bild echt hammergeil. Also du hast echt Spectra super gut getroffen. Und ich finde es echt nicht schlimm, dass du die Töne jetzt nicht so genau getroffen hast. Aber, ähm, ja, ich muss dir echt sagen, also es gefällt mir echt richtig gut. Hast du echt super gemacht. Ja, das war es eigentlich auch schon. Mit dem Video. Ähm, ja, wie gesagt, nochmal vielen Dank. Und hier sogar, hab ich vergessen, steht nochmal von Binky für Spectra. Also echt super geil. Wie gesagt, hat ein Ehrenplatz. Steht auch neben der, äh, Spectra-Puppe. Und, ja, also vielen Dank nochmal dafür und bis zum nächsten Video. Bye, bye. ...